Gut. Nächstes. Ich bin Vegetarierin und ich würde nie Fleisch essen, wenn ich die Wahl habe. Ich habe allerdings ein ganz, ganz böses Laster, nämlich Gummibärchen. Ich habe es mit Agar-Agar versucht, mit Agartine und weiß Gott was für Ersatzprodukten. Aber Gerantin schmeckt halt einfach leider immer noch am besten. Und deswegen, auch wenn ich mich furchtbar schäme, für mich wird es immer Gerantin bleiben. Ja. Ich bin eher ein Bader als ein Duscher. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Baden und Duschen, dann entscheide ich mich immer für... Ich habe das blöde Vieh! Dann entscheide ich mich immer für Baden, weil im Zweifel finde ich es für mich immer einfacher, im Wasser zu liegen. Und dann kann ich mich irgendwann an dieses schmerzhafte Wasser gewöhnen, als die ganze Zeit vom Wasser betröpfelt zu werden. Ja. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ja, das waren jetzt schon wieder zwei. Also... 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 Also...